Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Angular. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute mit dem wunderbaren Dekorator at VueChild beschäftigen, deswegen heißt das Ding VueChild App. Und ja, dazu habe ich einfach mal eine komplett neue App erstellt mit ng-new und so weiter, das kennt ihr mittlerweile zu Genüge. Ich habe eine neue Komponente drin erstellt mit ng-generate-my-component und ja, geändert habe ich noch gar nichts, da steht aktuell nur drin my-component-works. In App-Component habe ich auch nichts geändert. Ich habe eigentlich nirgendwo was geändert, nur dieses generate halt durchgeführt und das hat natürlich hier in das App-Modul alles eingetragen. Das kennt ihr aber mittlerweile, das ist ja nichts Neues für euch. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen natürlich unsere neue Komponente auch eintragen und benutzen und zwar hier. Wir wollen nämlich hier drin haben, dass wir unseren my-component verwenden können. Ich habe es my-component genannt, weil ich so unfassbar kreativ bin, was den Namen angeht und ja, jetzt sollte das eigentlich auch schon so funktionieren. Die View-Child-App. Okay, und my-component-works, ich kann gerne nochmal kurz reloaden, my-component-works steht da, das bedeutet im Endeffekt, ja, gut, hast du gut gemacht, aber ist halt nichts Besonderes. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich in meiner App-Component-Type-Script, in der hier, auf meine Komponente my-component zugreifen. Das heißt, ich möchte in der App-Component-Type-Script auf meine Kind-Komponente, deswegen View-Child, also auf meine Komponente, die ich nur drin verwendet habe, hier drin verwendet habe, zugreifen. Das heißt, speziell auf diesen Bereich möchte ich zugreifen. Und das geht mit dem, oh, sorry, das war mein Stuhl, das geht mit AddView-Child. Und genau für solche Späßchen ist das Ding da. Okay, das heißt, was wir jetzt machen müssen ist, ups, sorry, wir müssen hier erstmal das Ding verwenden, das machen wir hier drin. Wir sagen hier einfach, wir hätten ganz gerne AddView-Child, das da, und das wird dann auch automatisch für mich importiert von Angular Core, kann ich gerne auch manuell machen natürlich. So, und jetzt steht hier drin, was ich eigentlich importieren möchte. Und in dem Fall ist das natürlich meine Komponent. Das heißt, ich importiere my-component-component. So. Und jetzt wird das automatisch injected, wenn ich irgendwas damit tue. Und ich muss hier nur sagen, in was für eine Variable wird mir das injected. Das heißt, wo will ich das nachher drin speichern. Und in meinem Fall wird das einfach sein, ähm, wie nennen wir sie, my-component-comp, my-comp, genau, my-comp vom Typ my-component-component. Ich hätte es wirklich anders nennen sollen, ich gebe es zu, my-component-component. So. Und jetzt habe ich das ganze Ding schon, quasi. Das muss ich nur noch speichern. So. Und ihr seht, es hat sich eigentlich nichts verändert. Warum nicht? Naja, weil ich es noch nicht benutzt habe, ne? Und das Problem ist, dass diese Komponenten hier, was ist denn das eigentlich alles? Ja, ähm, wir ignorieren mal, warum das hier alles unterkringelt ist. Äh, das Problem ist, dass wir hier drin nicht sofort sagen können, on init, sondern die Komponente wird ja erst, nachdem quasi alles fertig ist, initialisiert. Das ist das Problem, also das macht man halt mit addview-child. Und deswegen brauchen wir hier implements afterview-init. Und das heißt, afterview-init. Das heißt, wenn das ganze Ding schon initialisiert ist, dann können wir mit dieser Komponente hier weiterarbeiten. Es geht auch on init, zumindest meistens in meiner Erfahrung. Ähm, aber manchmal bleibt es eben stecken und ja, das macht es halt ein bisschen schwieriger, ne? Ähm, also quasi, ihr initialisiert eure ganze App und danach erst wollt ihr hier diese Methode aufrufen, nämlich ng-afterview-init. Und, genau, so. Und hier drin könnt ihr jetzt irgendwas machen, wie zum Beispiel, was wollen wir denn machen? Ähm, 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 wir loggen einfach nur in die Konsole. Ich bin jetzt gerade echt, es soll möglichst einfach sein. Ich glaube, das Thema ist schon schwer genug. Konsole.log. So, und wir wollen loggen. Ähm, eigentlich relativ simpel. Wir wollen eigentlich das ganze Ding hier ausgeben. This.myComp. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was da wirklich drin steht, weil das können wir damit wunderbar machen. So, ich zeige euch das jetzt einfach mal ganz kurz. Wir machen hier mal Untersuchen und dann gucken wir uns die Konsole an. Ähm, und hier steht jetzt myComponentComponent, ProtoObject und ja, im Endeffekt ist nichts drin. Ähm, ich schreibe jetzt hier mal irgendwas rein in myComponent, die TypeScript-Datei. Ups, das war die falsche. In diese TypeScript-Datei. Ähm, sagen wir, wir haben, was haben wir denn? Wir sagen einfach, ähm, keine Ahnung. Wir machen jetzt was sehr Dreckiges und sehr Einfaches, damit wir es, ähm, schnell sehen können. Wir sagen einfach, Hans hat einen String, oder Hans ist einen String, der String beinhaltet. Ähm, sollte man so eigentlich nicht machen, ich weiß. Aber damit wir es jetzt direkt sehen können, ohne irgendwas, sehen wir hier Hans mit String innen drin. Also hier sehen wir es quasi. Ähm, das heißt, wir können da einfach drauf zugreifen und, ne, da wollte ich nicht hin. Ähm, und zum Beispiel in unserer AppComponent natürlich auch einfach this.comp.hans loggen, sozusagen, könnten wir machen. Und wir sehen, dass da einfach dann String drinsteht. Achtung, das ist nicht der Typ, sondern das ist das, was ich eingegeben habe. Ich gebe hier vielleicht mal was anderes ein. Ähm, Test. Und wir sehen, ja, das ist Test. Also ihr könnt dann quasi halt einfach auf die Variablen von euren ganzen Komponenten drauf zugreifen, ohne irgendwelche großen Probleme. Indem ihr hier wirklich auf dieses genaue Ding zugreift. Das heißt, ihr könnt hier auch irgendwelche Sachen setzen und ihr verändert dann damit hier die Variablen. Das haben wir ja schon alles hundertmal gemacht. Der Vorteil davon ist, dass ihr, und jetzt kommen wir eigentlich zu mehr Gerede, das heißt, ähm, ja, lehnt euch zurück. Der Vorteil davon ist, dass wir hier drin einfach, äh, in der AppComponent dann auf unsere Kindkomponenten drauf zugreifen können. Das heißt, nehmen wir mal an, und das wäre auch eine super Übung, die ich euch empfehlen würde. Ähm, schreibt eine Angular-App, die eine Kindkomponente hat, in der man Farben auswählen kann, also Color Pickers, ja. Und die Color, äh, der Color Picker, der verändert irgendwo im Parent, also in der AppComponent, die Hintergrundfarbe zum Beispiel, ja. Dann könnt ihr, oder müsst ihr sogar eigentlich über AddViewChild diesen Color Picker einlesen und dann hier die Farbe auslesen. Und hier in der ng-after-view-init müsst ihr die Farbe von eurem kompletten Hintergrund verändern. Denn es ist zwar in einem Kind, in dem Kind zum Farbepicken festgelegt worden, wie die Farbe ist, aber ihr müsst im Parent drauf zugreifen können. Und das kriegt ihr nur hin, wenn ihr AddViewChild verwendet. Zumindest sauber kriegt ihr das nur dann hin. Jetzt ist allerdings eine Sache wichtig hier. Und zwar, ihr habt nur einen gewissen Bereich, in dem das gültig ist. Das heißt, ihr könnt in der AppComponent nur auf die Kinder von AppComponent zugreifen. Das heißt, ihr könnt auf alle Komponenten zugreifen, die ihr hier drin direkt verwendet. Wenn ihr jetzt allerdings in der AppMyComponent, also hier drin irgendwelche Kindkomponenten verwendet, dann könnt ihr in der AppComponent die nicht über AddViewChild einlesen. Das geht nicht. Wenn ihr auf die Kindkomponenten von der Kindkomponenten drauf zugreifen wollt, müsst ihr die Kindkomponenten in eurer MyComponent über AddViewChild einlesen. Und dann das wiederum über die AppComponent auslesen. Das heißt, ihr habt quasi eine Grandchildren-Beziehung. Und das muss sozusagen als Children-Beziehung in dem Kind geregelt werden. Darauf könnt ihr dann drauf zugreifen. Ist unsauber, sollte man möglichst vermeiden, wenn man es kann. Aber es geht über diesen Umweg. Das heißt, der Scope ist sehr, sehr limitiert. Würde ich euch auch sehr empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Das heißt, wir haben heute zwei Übungen, die ihr machen sollt. Vielleicht formuliere ich sie auch nochmal extra als Übung. Und zwar einmal den Color Picker und einmal eine Groß- oder Grandchildren-Beziehung selbst zu programmieren, um das Ganze zu üben. Okay. Und ja, dann gibt es noch eine Sache. Ihr könnt natürlich auch nicht einfach sagen, ich möchte meinen Parent in meinem Kind drin haben. Das heißt, ihr könnt nicht in... wo haben wir es? In myComponent.component.typescript könnt ihr nicht einfach sagen, ich hätte ganz gerne hier die AppComponent, damit ich irgendwas mit der AppComponent machen kann. Das geht nicht. Das ist die falsche Vererbungsbeziehung sozusagen. Das könnt ihr nicht machen. Das ist sehr, sehr schlechter Stil. Und deswegen wurde es halt von Angular gleich von vornherein verboten. Okay. Gut. Dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.